Also, Hallöchen. Ich darf das heute mal übernehmen und zwar werden mir jetzt ein paar Gin Adventskalender verschenken. Ich bin gespannt. Die Leute müssen aber natürlich eine Challenge machen. Und zwar habe ich drei Stäbchen in meiner Tasche und einer ist der kürzere. Und wer den kürzeren zieht, der hat gewonnen. Bin mal gespannt. Hi, kurze Frage. Trinkst du Gin? Hä? Whisky. Whisky? Whisky, ja. This is our Gin Adventskalender and you can have it when you... Was heißt denn, wenn du... If you choose the right one. Yes. One of them is taller than the other one. Okay. And if you choose the shorter one, you can have the gift. Yeah, for free. For free. Okay, choose. Okay, you're right. It's the shorter one. And this is yours. Really? Yeah, really, for sure. It's a gift? Yeah, it's just a gift. Okay, have a nice time, have a nice winter time and Christmas time. Yeah, you too, guys. Can I have this back? Okay, thanks. Okay, so have a nice day and we'll see you. Thank you very much, then. It's a nice surprise. Okay. Have a nice Christmas, you too. Okay, bye. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.